Bonn. Tarifsensation der Deutschen Telekom. Ab 2.6. Sonntags zum Nulltarif telefonieren mit T-I-S-T-N-X-X-L. Dann kann jeder innerhalb Deutschlands Sonntags zum Nulltarif telefonieren. T-I-S-T-N-X-X-L? Tja, dann nehmt euch mal am Wochenende nichts vor. Aber an diesem Sonntag wollen sie eigentlich... Ist doch nicht so. Ab 2.6. Sonntags und Feiertags zum Nulltarif telefonieren mit T-I-S-T-N-X-X-L. Infos unter www.t-online.de und im T-Punkt. Zentrale T-I-S-T-N-X-X-L bestätigen. Das ist der Aschenbecher. Ab 2.6. Sonntags und Feiertags zum Nulltarif telefonieren mit T-I-S-T-N-X-X-L. Infos unter www.t-online.de und im T-Punkt.